Auf jeden Fall, ja, fern-um-weit. Ihr habt halt keine Ahnung, irgendwie. Ja gut, mit irgendwie kann man sich jetzt auch ganz für mich cool vorlaufen. Irgendwie ist irgendwie cooles. Was irgendwie ist, beziehungsweise sein soll, muss, da, kannst du dir gleich mal irgendwie sparen. Nee, echt. Ja, wenn einer eine Behauptung aufstellt, muss er wenigstens wissen, was er will. Nicht irgendwie, sondern so. Drum stell ich keine Behauptung mehr auf. Wenn er eine Behauptung aufstellen, muss von etwas überzeugt sein. Ja, und wann ist man von etwas überzeugt? Hä? Jetzt hab ich keine Ahnung. Das war komisch. Irgendwie. Es reicht das Maul auf und dann voll verfumpfer. Das ist mir echt geile Wörter. Warum das heißt, verfumpf ihn? Hab ich gestern nicht zum ersten Mal gehört. Hey! 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 it would be good attitude I'd like to do so if people really like to grow if negativity is the only one it doesn't matter if you can find one to say no to no Vielen Dank.